Seit einem Jahr hat das Collegium Musikum Basel mit der Bank CIC einen starken Partner. Höhepunkte wie ein bis auf den letzten Platz gefüllten Goldenen Saal im BMT Wiener Musikverein oder stehende Orationen beim Einblick bei den Konzerten mit dem Superstuff Asit Say haben die erste gemeinsame, enorm erfolgreiche Saison geprägt. Wie hat es Ihnen gefallen? Sehr gut. Spannende Konzerte, fantastische Solisten und ein tolles Orchester. Da war wirklich für jeden etwas dabei. Dann könnten wir ja zusammen weiterarbeiten. Unbedingt, wir freuen uns darauf.